Die favorisierten Wölfe zum Saisonauftakt zu Gast in Andernach. 14. Minute, Freistoß der Gastgeberinnen, Strafraum, Pingpong und zack, drin ist er! Hi, ich bin Marco Gilli und ich bin Kommentator bei SoccerWatchTV. Was macht Kai Gröger da? Das werden sich alle 150 Zuschauer hier fragen. Und dann ist es ein leichtes, den Ball einzuschieben. Ich bin Master Späker und ich bin Kommentator bei SoccerWatchTV. Wir gehen rein in die Schlussphase. Der Freistoß-Spezialist ist, natürlich, wer sollte es anders sein? Denn Christian Neumann, durch die Mauer, durch den Keeper, durchs Netz. Ich bin Max Herrmann und ich bin Kommentator bei SoccerWatchTV. Wieder ist Kum dieser Teufelskehr, Dreh- und Angelpunkt. Völlig alleingelassen, genauso wie Fabian Cox mit dem 5 zu 0. Z Doll. Frage시 edge- und Angelpunkt. Redaktivologien, das ist